hallo youtube freunde erst mal gute und triple piece ich habe wieder einkaufen als erstes haben wir ja orange ich wiese orange joghurt kann man gut hinter schaufeln dafür gebe ich zehn von zehn hinter schaufel punkte als nächstes kokosnuss kann man sich gut hinterschaufeln zehn von zehn hinter schaufel punkte als nächstes ice zero kann man sich gut hinterschütten zehn von zehn hinter schaue punkte als nächstes wieder ice zero wieder zehn von zehn hinter schaue punkte als nächstes pepsi max zehn von zehn hinter schaue punkte wieder pepsi max lemon kann man sich gut hinterschütten zehn von zehn hinter schaue punkte apfelschorle zehn von zehn hinter schaue punkte als nächstes wieder apfelschorle zehn von zehn hinter schaue punkte als nächstes booster kann man sich gut hinterschütten schmeckt sehr lecker zehn von zehn hinter schaue punkte vielen dank leute lassen aber dann kommentar unten like ciao